hier leute ich bin's wieder Markus von LappenGerTV. Ja wir spielen heute Wormtolver 2. Ja wir sind in England angekommen, haben die Zwei-Städte-Opera-Kum und Kamlu-Tunum letzte Runde schnell mal eingenommen und es sieht sehr gut aus. Wir haben Zwei-Städte genau wie schon gesagt. Ich erwarte eure Befehle! Und noch Ding! Ja! Ich hab Attila geholt, hab's dann auch im Release gespielt. Ich muss sagen, ist es sehr gut. Äh, nur der einzige Schwerpunkt ist die Motivation der Einheiten. Das ist, äh, krass. Also, das ist echt krass. Das ist, äh, gar nicht zu, äh, boom. Ähm. Da stirbt der General und man ist im Arsch. Auch wenn man doppelt so viele Truppen hat wie, äh, die Gegner. Und stärker ist, äh, das ist schon... ne gescheude... Zoll, ne? So... das ist... krass, würde ich sagen. Ähm. Es ist ein sehr gutes Spiel. Äh, meiner Ansicht ist, dass es kein DLC zu, äh, zu roben. Oder so. Was halt noch extra mehr kostet. Kann man so sehen, wie man will. Äh. Ja. Ja. Mei. Nur was soll man... Äh, ich kann ja nicht. Da bin ich nicht die angegriffen. Äh, fuck. Die müssen wahrscheinlich in die Meta-Kombo wie heißt rein. Wie es heißt, Alter. Äh, gut, gut. Was haben wir denn noch? Nichts. Äh, gut, gut, gut. Dann noch mehr. Die algebraische Mania. Zu einem nicht. Ihr Hunger nach meiner Schlacht? Bereits zum Kampf! Kommandant! Okay, nicht, Sound. Das wieder. Da werden wir die Runde. Nur die Größten wagen es, mit ihren Feinden über Frieden zu sprechen. Ich bitte euch diesen Happen an. Und jetzt, wie ein Wolf vor dem Tor, sucht ihr euch besser einen anderen Jagdgrund. Ich spreche wie das Schwert schneidet. Dann wurden meine Worte also in gutem Glauben angehüllt. Ihr habt euch mit dieser Zustimmung würdig gezeigt. Weil das ist ja ziemlich geil, weil das Götte ist jetzt auch uns und ziemlich nice. Oh, da gab es mich an. Oh, 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 fuck. Jetzt muss ich zurückziehen. Sehr gut. Gut, ich muss mit zwei Armeen angreifen. Locker. Äh. Ja, jetzt müssen wir Iska vernichten und dann haben wir Britannien. Komm, die greifen mich hier nicht an und wenn, dann mache ich wieder Frieden. So, dann haben wir jetzt mich gemanen fast schon. Ziemlich safe. Mit Bewegung. Aber dann? Äh. Ihr Hunger nach einer Schlacht. Bereit zum Pappen. Was hier, bis euch die Füße bluten. Und dann marschiert weiter. So, was haben wir denn hier noch nicht? Dann machen wir das hier. Die Ordnung ist immer gut. Ja, da wollten sie Nimi-Takum einnehmen. Pisa. Alter, ich wollte es gar nicht. Ähm. Ziele. Haben wir das jetzt? Da. Ja, mit der Sieg, Britannien. Naja, Britannien haben wir noch nicht. Bin, ich bin, bin schon schlauer, oder? Bin schon, äh, ziemlich schlauer. Also, so genau. Ähm. Haben wir was? Ja, haben wir. Worte stehen in eurem Dienst. Das sieht auch mal wieder gut aus, ey. Ja, endlich mal. Sehr schön. Komm langsam und ziehen hier. Armenien. Dann dieses Ziel. Scheinlich werde ich dann, äh, die Armener-Tasse schicken. Vielleicht mal ein Nei-Katar-Tasse. Ehe ihr zu reden beginnt lassen. Ich bin ehrlich gesagt unruhig. Kommt mir nicht daher wie ein Bett. Mein Herr wird beunruhigt sein. Aber ich stimme zu. Vielleicht ziehen wir in Zukunft noch einen Nutzen daraus. Schade. So, 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 so. Sehr schön. Weil die 10er sind schon stark. 33. Nämlich da. G85. Hier läuft's. Okay, die helfen uns wahrscheinlich auch. Das ist sehr schön. Die Seelen unserer Vorfahren haben keine Verwendung für Gold. Doch sie wissen, dass ihre lebenden Nachkommen anders denken. So, 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 so. Das finde ich ziemlich neu ist. Das ist geil. Habe ich's jetzt geschafft. Ah, ich wollte auf Ziele gehen. Yeah. Geiler Scheiß. So, kann man auch gewinnen. Das ist, äh, saugeil. Dann können wir Krieg gegen, äh, Galatien ins Führen. Samm-Di-Da nichts. Samm-Di-Da. Ich erwarte weitere Befehle. Wie stark? Ich erwarte eure Befehle. Soll ich warten, oder? Nee, komm. Da ist es. Bereit zum Kamm. Das können wir nicht tun. Ah, geht nicht, ne? Doch. Geiler Klär. Rechte ein bisschen. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, kann ich jetzt nicht da angreifen. Wir können diesen Befehl nicht ausführen. Warum nicht? Ich erwarte, das ist unmöglich. Ah, man, verarscht. Ich erwarte die Bevölkerung gewonnen, äh, Britannien. Ja, ja, das ist, das ist klar. Ist klar, weil wir wollen ja mal, wir wollen ja, oh, warte. Wir wollen ja, ähm, Tolliver Teller spielen, das ist nur ein Spiel, oder wollt ihr sehen? Darum, mach mal das bisschen schneller hier und nehmen jedes Klingel-König-Tuber an. Vielleicht spielen wir mal, irgendwann mal wieder Rome und zack, jo, wir nehmen ganz Britannien rein. Warum denn die Schnur? Sieht geil aus. Da ist Rho ganz Rho, der Ende, nur ganz bisschen heller. Aber man sieht's kaum. Da wird immer noch so ne Scheiße gammelt. Da, Verwalter, äh, ne, Windriger, nicht Verwalter, ne. Äh, 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 äh? Aha. Ja, okay. Wie kann ich euch ziehen? War für den, was weiß. Was? Niemand wird denn, unser Pfad ist versperrt. Das hat mich. Die Trunk wird belagert, stimmt. Ja. Ich bin... ...inzeichen kann ich. besitzen P.O.S.C.S.A.U nicht ganz klicky ich erwarte eure Befehle die Mäse-Tonen-Krieg hier in U U ok was machen sie jetzt die gehen ein ok die gehen nach Armenien oder nach Galatien oder zur heutigen Tkai eher Hermes liebt den Hand. Ja, Hand ist abkommen, klingt gut. Immer mal zippern, ist mir eh, Wayne. Oh. Okay, Leute. Ich glaube, wir kämpfen mal. Warum denn nicht? Ich spiele ein Gefecht. Kann ich so... Oh. Oh. Den habe ich gar nicht gesehen. Ach so, das ist von der Stadt, ne? 1670. Okay. Aber uns Truppen sind ja stark. Die Leute können dir wegbashen, die können, die da wegbashen. Ja. So. Wie sieht der Stellung aus? Äh... Sieht geil aus. Aber so wie ich den nicht. General! Ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Komm, Mann, Mann! Wie, Mann! Egal. Wait! Ich bin hier noch später, Egal. Nein, ich mache mich nicht. Egal, wir machen so. Es ist gut gegangen. Jetzt... So. Eine große Formation hier, ich würde jetzt eher so machen. So. Ziemlich lange Formationen, aber naja. Ja, das passt schon so. Okay, haben wir vergessen. Nein. Gefetscht haben. Wir sind sie nicht. Ah, da. Wenn unsere Feinde ihr heiliges Schwein fertig verehrt haben, oder was auch immer sie mit dem armen Tier machen, werden wir einen Kampf haben. Das nähert sich feindlicher Unterstützung. Tötet euren Barbaren sauber und lasst ihn hinter euch. Okay, die verbinden sich mit ihrer anderen Armee. Oh, die von der Seite kommt. Aber ich glaube nicht, dass sie uns angreifen. Oh, das ist scheiße, wenn die jetzt schon kommen. Oh, das ist kacke. Schnelle Nahkampf, Kamala Reh. Doch. Was machen die? Weiß nicht. Ja, ich bin überfordert. Das ist weg, Mann. Ja, ich bin überfordert. Mutige Römer, nicht verletzten Marderkampf in Deutschland. Ich bin überfordert. Schnelle Reis und Brüder, sich峠er! Äquitas! Sechst occupation! Kavalerie, doppelte Geschwindigkeit! Extensioniere! Schnell! 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 Die Römer sind bereit zu ihrem Krieg. 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 Merde! Legionäre! Regionen! Geschosse, Batterie bereit! Ich bitte! Unser General wird angegriffen! Legionäre! Herr Reich! Lass uns die Geschwindigkeit! Es war gerne! Legionäre! Unser General! Unser General! Unser General! Unser. Unser. Männer wach sehr groß welche Männer jetzt echt gegen mich doch nicht verarscht jetzt will ich gegen Hochschützen verloren Befehle Sieg angreifen Angriff Äquitas Abführung Kommandant und Loben Regionäre Abführung 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 General Equitas Abführung 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 Einsatz Material General Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbrauchen Angriff So Moin Sehr schön Römer sind halt stark Steinschlöter, oder? Ja, guck mal. Geil. Sehr schön. Wir haben 1,5 verloren, das ist scheiße. Geflogen! Da kommt die Batterie bereit! Haltet an! Geflogen! 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 Ganz schnell geht's! Malere, malere, malere! An Angriff! Angreifen! So. Nicht benden! Das ist jetzt auch egal, diese letzten Mini-Trüppchen. Ja, schon sehr bezimpt. Aber dass die... Die gegen... Steinschlöter verloren haben... Ich... Ich muss es aber erstmal schaffen. Ziel erreicht! Sehr schön. Das passiert, wenn man sich mit mir anlegt. Aber... der Gästen... Lass mich nicht mit mir an zu... Die... 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 sehr schön Wir werden die Besiegelung im Namen Roms einnehmen! Ruhre eingenommen. Wir hungern nach einer Schlacht! Sie werden niederkauern vor der Macht! Zack! Fuck! Und der Forscher wurde aufgehalten! Sie werden niederkauern vor der Macht! Zack! Zack! Zeit zum Kampf! Zu euren Dienst! Und der Forscher wurde aufgehalten! Easy Blood werden verlagert! Zeit, nun passt es ein! Sehr schön! Ja! 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 Zuerter Nahrung... Was für eine öffentliche Ordnung war... Ja... Mei... Ist halt zu, ne? Dann haben wir ja schon fast AC erobert... Nur noch... ...Rodos, aber... Das ist... Haben wir noch eine Armee in der Nähe? Außer die hier... Okay, vielleicht... Die Armee nach Galatien schicken... Ich bin mir nicht sicher... Zahnt und ich mach die alt... Mach die... Mach die... In seiner Kontrolle... Eigenschaften halten... Kontrolle Einfluss... Okay... Ausgeweitet... Blau... Erum... Atra... Pissinus... Und... Konium... Und... Da... Nicht ganz klick hier... Sehr schön... Wir hungern nach einer Schlacht! Der wird schon ganz klick hier... Und... Und noch, wir sind... Ihr denkt... Ich legge... Der muss eigentlich... In diesem... Der hat noch... Das... Ich weiß... sehr schön 1 nach christus leute wir haben es verpasst das nur für christus ist um 1 nach christus krasser scheiß also wir haben jetzt 1 2 345 städte angenommen innerhalb von zwei runden da ist wohl sind immer mehr und die haben gleich hier ganz wissen verloren glade der kapadokia haben sie gleich verloren armenien kontos nur ist ist es ist okay keiner mag uns wenn ich keine ausser noch so nice wurden jeder hasst uns weil wir so groß sind und stark okay dann würde ich sagen wir werden die folge für heute und wir sehen uns mal wo wir das hier alles einnehmen armenien ist unser großes ziel bei der zur nächsten runde und ich sage dann wir sehen uns das nächste mal zu einer weiteren folge von wundervor 2 welche minecraft planzeit oder irgendwas anderes und ich sage dann bis dann tschau